Ah nein, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt der Typ mit dem Schatten, Schatten und 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 Windschwert oder Lichtschwert, Schatten und Lichtschatten und Wind, irgendwas sowas. Der zweite, oder war es der, ich glaube es war der, es war auf jeden Fall einer der der größten Captains, der zweite kann es gar nicht gewesen sein, sie ist der zweite. Ähm, der der immer diesen, diesen Blütenrosa Mantel extra noch anhatte mit seinem Strohhut, sag ich jetzt einfach mal, keine Ahnung wie dieses Ding da heißt, aber ihr wisst bestimmt wen ich meine. Den Kumpel von dem langgrauen, haarigen, weißhaarigen Typen. Der tut mir den Zwillingsschwert an, ganz einfach. So. Was kann die nochmal als... Ah, ok. Ah, das war das mit den Schmetterlingen, stimmt ja. Ich finde die, ich finde diese Fähigkeit so OP. Ah, den Typen mag ich nicht so. Der labert mir zu viel Scheiße. So. Weiter geht's. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Genau. Ich lock ihn und ein anderer davon grab mich. Achso, stimmt. Wenn das hier zweimal trifft, dann ist vorbei. Und bevor ich hier komplett kassiere, verwandle ich mich gleich. So geht doch. So. So. Weiter geht's. Sind wir schon da? Nee. Okay. Das war's für dich. Das war's für dich. Und der nächste kriegt. Und der nächste kriegt den Bankai ab. In your face. Bam. Schöner Treffer. Sah doch richtig gut aus. Das Leben brauche ich. Das grab ich mir kurz. Okay. Und weiter geht's. Jetzt. Noch jemand. Noch jemand. Reicht hier wohl. Immer noch nicht. So. Jetzt. Weiter geht's. So. Ist der jetzt schon mein Mainpass? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Nope. Hier müssen wir noch durch. Ah, im Minus Grande. Da ruf mich grad einer an, aber ich kann da grad nicht reingehen, sorry. Ah, what the fuck. So, jetzt. Passt. Noch einer, alright. Der Schau weg. Alright. Noch jemand. Warum tauchten die da hinten wieder auf? Wenn ihr was wollt, da kommt der. Ja, alright. So, ob ich da jetzt extra nach hinten gehe, wegen solchen Losern, Alter. Sehr schön. Und weiter geht's. Aber hier hinten... Ähm... Da hinten gibt's noch was, soweit ich weiß. Und ein paar Gegner. Du bist weg. Du bist dafür auch gleich weg. Okay, das wird mir zu blöd. Eat this. Noch was hier. Da. Dich nehmen wir mit. Wann verreckt der endlich? Geht doch. Und weiter geht's. Mal gucken, wie als nächstes hier Bankai abbekommt. Sehr schön. Sehr schön. Und weiter geht's. Alright. End boss, maybe. Oh, nee, der Typ. Was ist hier drin? Leben. Schade. Dein Scheiß, juckt mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Wie viel Leben hat der noch? Nicht mehr viel. Ich verliere jetzt auch die ganze Zeit Leben. Und ich werde sogar langsamer, wenn ich mich in so einer Nähe befinde. Deswegen ein bisschen weiter weg. Bisschen Fernangriffe. So. Und Bankai, bevor es verschwindet. Bam in your face. Ich glaube, das wird ihr nicht kennen. Aber... Doch. Es hat genau gepasst. Läuft bei mir. 500, das war klar. Wenigstens etwas. Jetzt müsste der Typ mit den Zwillingsschwertern kommen. Denk ich. Ja? Was auch cool wäre eigentlich so, wäre dieses neue Bleach-Game, das ich dann will. Dass man genau solche Maps hat. Halt nur mehr Open World größer. Und man läuft halt mit seinem... Genau von dem Typen habe ich gelabert. Ja, der kommt jetzt. Dass man dann mit seinen Kumpels da durchrennt, so. Dass man auch sozusagen zu viert oder zu fünft auf eine Mission gehen kann, so. Wäre schon richtig cool sowas. Und dann so gemeinsam so einen Endboss zu besiegen. Wäre richtig fresh. Das wäre echt was cooles. Aber ich glaube nicht, dass die das machen werden. Schade. Für Bleach eigentlich. Weil der Anime, der ist schon dope. Der hat so ein Element in sich. Der, der... Das zieht einen an. Wenn man so richtig drin ist, dann kommt man da auch nicht mehr so raus. Außer man gibt sich die langweiligen Fehlerfolgen da. Okay, die war jetzt nicht so langweilig. Aber wie gesagt, ich habe viele Übersprung. Locker 50 Folgen Übersprung von... 350, 60 oder so. Genau den Typen habe ich gemeint. Der Typ ist einfach krass. Der zerfetzt einfach alles und jeden hier. Wenn ich den auf Max habe, dann gute Nacht, Alter. Das stimmt, ist ja nicht mal so eine Bankai-Form oder sowas. Ja? Und der geht trotzdem ab. Wie ein verrückter, Alter. Ein Menosklande. Haben wir Angst? Nein, haben wir nicht. So, das war's. Noch jemand. Und zum Schluss noch. So, jetzt können wir weiter. Das ist so geil gegen diese fliegenden Fächer. Man haut's einfach rein und die werden da reingefetzt. Richtig fresh. Feier ich übertrieben. Das hat er eigentlich als Special. Das testen wir mal gleich. So, jetzt können wir die mal testen. Ah, okay. Krass. So, jetzt können wir mal testen. Alter, wie lang fliegen die hier noch rum, diese Viecher? Muss ich die alle besiegen jetzt? Die werden von dem Ding irgendwie nicht angezogen. Okay, das ist echt nervig. Wer weiß, vielleicht mache ich das irgendwie total blöd. Und es gibt eine Technik, womit ich schon längst fertig wäre. Und jetzt zurück, weil da geht's irgendwie weiter. Okay, passt. Ah, der hatte ja die Nummer 1 als Gegner, stimmt. Wer hat nochmal die Nummer 2 gehabt? Ich weiß es nicht. Ah doch, das war ja dieser Sky-Typ. Da war er ja schon verwandelt. Ah, er hat zuerst getrennt und dann irgendwie zusammen oder sowas. also da war ich nicht. Ich wäre es sehr, schön. Ich würde mich auf sehr, ist und参chen. Ich wünsche mir die Dame selbst, liebe ich auch! Ok. Ah, da hab ich doch. Ich dachte mir so, wen muss ich jetzt besiegen, so da? Wo sind die übrigen? Diese Dinger nerven mich irgendwie. Ähm, ist sie gerade irgendwie in der Luft stecken geblieben oder so? Auf jeden Fall bist du jetzt dran. Ähm, Gangster. Ich brauch was Blaues. Ok, doch nicht mehr. Fuck. Wann verreckt dieses Ding, Mann? Na, endlich mal ein gescheiter Treffer. Und warum bleibt er so hohl in der Luft stecken? Ich check's nicht. Zeitverschwendung sein Vater, Alter. Na, endlich. Alter, alter, alter. So. Weiter geht's. Kommt vielleicht jetzt der Endpost? Okay. So. Alright, endlich sind wir hier. Das hast du doch schon längst gesagt. Alright. Bankai in your face. Das ist einfach zu hart. Ich bin gerade so gefesselt darin, den mit diesen Kombos zu kriegen. Dass ich kein Wort aus mir rausbekomme. So. Aber hier... Das ist noch so. Das ist noch so. Das hat alles zu schlafen. Das war nicht so. Es war nur so. Aber das ist einfach so, dass das Kind nicht so war. Ja, auf jeden Fall. Hier sind sie etwas vom Anime abbekommen, weil hier haben sie es nicht mehr so detailgetreu gehalten und ich hoffe, das trifft ihn jetzt. Ja. Okay. Ja, hätten sie etwas besser machen können, so. Das sieht so komisch aus. Alright. Ein B in our face für Bleach. Ja. Und jetzt. Wartet mal, lass mich überlegen. Ah, jetzt müsste Yoroichi-san kommen. Mein favorite Charakter neben Ichigo in der complete series. Nein, Piyakuya. Ah, da ist Yoroichi. Ah, ich will Yoroichi-san. Ja gut. Lass mir erst mal den. Der hat so ein... An welchen Charakter erinnert mich der? Der ist so, so... Dieses typische Vegeta-Shadow-Zoro-Ding. Wenn ihr versteht, was ich meine. Habe ich was vergessen? Sasuke. Obwohl. Ihr wisst, was ich meine. Bleach ist schon viel älter. Also... Bullshit. Also nicht Bleach ist Bullshit, sondern was ich da gerade gelallt habe, ist Bullshit. Bleach ist fat. Bleach. Okay. Har du Yon? Alright. Mann, sieht das krass aus. Achso, das ist da, wo sie... Die Ablösung spielen. Das heißt, Kempachi wird auch da sein. Wo wir dann gegen diesen Riesen kämpfen müssen. Das wird lustig. Ich glaube, das verkack ich vielleicht. Aber fuck it. Bam, 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 bam. Man dachte am Anfang, echt der Typ wäre... Äh, viel leichter als Ulki, oder? Also schwächer. Und dann hat sich, glaube ich, rausgestellt, dass er eine... Höhere, also... Ähm... Er gesagt, eine niedrigere Nummer hat. Aber ich muss echt sagen, sein Senbon Sackler ist schon eine krasse Sache. Und weiter geht's. Sehr schön gemacht. Bam, in your face. Bam, in your face. All right. Let's move on. Drought, you know. Alter, kassiert der gerade. Ah, fuck, ich muss weg. Zu spät. Voll vergessen. Ja, 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 ich bin ja schon da. Nicht weinen. So. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt können wir weitergehen. Ah, da ist ja noch jemand. Oder? Ja. Wer war das? Ah, ihr seid weg. Oder? Noch jemand? Jetzt aber. Ich dachte mir so, what the fuck gerade. Hä? Naja. Ähm. Immer noch nicht in diesem Erwachen drin, in dieser Hollow Mode, oder keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzen sollte. Na, come on. All right. Komm, das Leben, nehmen wir uns mit. Das können wir uns. Von wo tauchen diese Dinger da auf, Alter? Ich komm doch extra nach vorne, Alter. Das Komische ist, nur ich werd von der Explosion mitgenommen, denn die... Ja, dem passiert gar nix. Bullshit. Ähm. Senbonsakura in dein Gesicht, Alter. Sorry. Krasser Scheiß. Yeah. Alter, geht der ab. Stellt euch den mal auf Max vor, Alter. Das wär echt zu krass. Ähm. Fuck, schade. Wegen diesen Idioten verkackt. Ja, lass mich mal los. Kein Bock auf dich. Ich probier mal seine Special... Ah, Senbonsakura. Krass. Kagiyoshi. So. Weiter geht's. Zack. Wer kommt da hinten? Wieder diese Crybabys. Ich weiß, ich kassier grad übel von der Seite. Deswegen scheiß ich jetzt drauf. Wo sind die? Ah, da hinten. So, das nehmen wir jetzt schnell mit und dann gehen wir zu dem da. Ja. Tja. Nummer 2. Nummer 2. Alter, nein. Ah, war das knapp. Okay, was ist hier alles drin? Okay, brauche ich eigentlich nicht. Schon besser. Sehr gut. Haha. Kommt jetzt der Riese? So, jetzt kann ich mich glaube ich verhandeln. Okay, das war's glaube ich. Eat this. Voll auf mich drauf. Das ging aber schnell.